Hat Ihnen Ihr Vorgänger auch gratuliert? Bischof Franz D. Batz von Elst hat mir wirklich eine freundliche Gratulation geschickt. Das freut mich auch. Werden Sie ihn auch um Rat fragen, wenn es um seelsorgliche Entscheidungen für das Bistum geht? Wir müssen erst noch klären, wir kennen uns nicht gut. Wir sind uns einige wenige Male kurz begegnet, wie wir denn in Kontakt miteinander treten. Das liegt ja nicht nur an mir, das muss auch der Bischof Emeritus entscheiden. Wie geht es denn jetzt in Trier weiter? Sie waren ja bei der Synode auch sehr involviert. Jetzt lassen Sie die Leute allein. Wie geht es dort weiter? Haben Sie für eine Nachsorge gesorgt? Gestern Abend war ich noch mit dem Synodensekretär unterwegs. Wir waren im Forum der Laientheologinnen und Laientheologen haben das Synodenpapier besprochen und dann fiel ich immer ins Wir. Wir müssen, wir werden, wir tun. Dann haben die immer gelacht. Und dann musste ich sagen, ach so, ihr und ich nicht mehr. Ich in Limburg. Das war wirklich eine große Sorge für mich. Geht das hoffentlich nahtlos weiter? Und wir haben Gott sei Dank mit meinem Nachfolger Ulrich Graf von Blettenberg jemanden gefunden, der ganz große synodale Erfahrung hat, in der Synode einen wichtigen Part spielte. Ich gebe die Umsetzung der Synode ganz vertrauensvoll in seine Hände. Das wird wunderbar werden. Sie haben ein Büchlein geschrieben zum Thema Gott und die kleinen Leute. Wollen Sie ein Bischof der kleinen Leute werden? Ich komme aus einer ganz einfachen Familie, aus einer Arbeiterfamilie. Ich kenne das Leben der kleinen Leute und weiß, wie viel Gottvertrauen sie haben. Das hat mich so geprägt. Ich bin gerne mit den Leuten zusammen. Warum soll man sagen, klein? Die Leute, so wie sie leben, so wie sie kämpfen, so wie sie glauben, hoffen und sich freuen. Und Sie haben viel Literatur zum Thema Gebet und Sie sind, glaube ich, ein ganz gebetsdurchwirkter Mensch. Wofür beten Sie jetzt für das Bistum Limburg? Ich bete, dass die Menschen im Bistum Limburg ihren neuen Bischof aufnehmen, dass sie ihn mit offenem Herzen aufnehmen, dass sie ihn aber auch kritisch begleiten, ihm ihre Fragen stellen und ihre Sorgen offenbaren, damit ich wirklich einer von ihnen werden kann.